Moin Leute, Strom direkt von der Strombörse und zwar zu den entsprechenden Preisen, also quasi jede Stunde einen anderen Strompreis. Klingt bekloppt? Nein, denn wenn man es richtig angeht, kann man hier echt sparen. Ich mache das jetzt seit fast einem halben Jahr, speichere mir meinen Verbrauch und auch die stündlichen Preise und kann euch deswegen ganz genau sagen, wie viel ich dadurch eigentlich gespart habe oder eben auch nicht. Zudem steuere ich meine Lasten intelligent und das natürlich alles DIY, also selber gemacht. Also was das ist, wo gibt es das, wie viel hat es mir real gebracht, macht es für dich auch Sinn. Das ist ein mega spannendes Thema und genau das werde ich heute klären. Also los geht's. Was ist das eigentlich? Also ganz einfach gesagt geht es darum, dass man gar keinen festen Strompreis mehr bekommt, sondern wirklich man hat jede Stunde einen anderen Strompreis und das schwankt teilweise auch relativ stark. Warum sollte ich sowas wollen? Das klingt mega stressig. Naja, schauen wir uns mal die Strompreise der letzten sieben Tage an, damit ihr mal einen Eindruck davon bekommt, wie stark das Ganze eigentlich schwankt und ob es überhaupt irgendwie vorhersehbar ist und warum man sowas tun sollte. Hier seht ihr so den ganz typischen Verlauf für so die meisten Tage halt. Irgendwie nachts ist es günstig, morgens und abends ist es ein bisschen teurer, aber so im Großen und Ganzen schwankt es relativ vorhersehbar. Schauen wir uns hier nochmal die letzten sechs Monate an und ihr seht hier, klar es schwankt, aber immer noch sehr ähnlich. Es ist immer ein relativ ähnlicher Verlauf. Und was voll wichtig ist, ihr könnt ab 13 Uhr quasi die Strompreisprognose für den nächsten Tag sehen. Also auch das könnt ihr. Also ihr könnt schon ein bisschen planen. Hier zum Beispiel bei Tibber in der App, das ist der Anbieter, wo ich jetzt aktuell bin, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Da könnt ihr einfach auf dem Handy sehen, okay, wann ist der Strom jetzt eigentlich genau billig. Und tatsächlich ist der billig, wenn viel Erneuerbare da sind, denn dann wird der Strom halt günstig. Hier ist eine Grafik vom Anbieter Avatar. Und hier könnt ihr sehen, wie der Strompreis mit den erneuerbaren Energien zusammenhängt. Das ist jetzt zwar nur ein Tag, aber hier sieht man es relativ schön. Also ihr seht halt irgendwie, wenn Wind und Sonne da ist, geht der Preis halt runter. Also das ist hier relativ offensichtlich. Und tatsächlich ist das auch so. Man merkt es halt, ich weiß halt draußen schon, wenn es irgendwie windig ist, dann ist meistens der Preis billig. Also klar, kann nur lokal sein, aber meistens kann man das wirklich am Wetter so ein bisschen erkennen. Ja, nächste Frage natürlich, wo gibt es das eigentlich? Mir persönlich sind jetzt Tibber und Avatar bekannt. Es gibt, glaube ich, noch neuere Anbieter, die kenne ich jetzt noch nicht so. Ich habe von beiden auf jeden Fall noch nichts Negatives gehört, also aus meiner Community irgendwie. Ich selbst bin bei Tibber und das hat auch einen Grund. Es gibt nämlich Besonderheiten, bei denen es ist nicht zwangsweise ein sogenanntes Smart Meter mit Gateway benötigt, sondern man braucht nur so einen neueren Stromzähler und diesen Aufsatz hier. Der liest dann quasi diese IR-Schnittstelle aus und gibt die Daten dann an Tibber weiter, um zu bestimmen, was du momentan quasi verbrauchst, also damit man das einfach weiß. Tatsächlich hatte ich sowas auch schon mal vorher in DIY am Laufen, und zwar den sogenannten Volkszähler, der auch diese Schnittstelle ausliest und dann an Raspberry oder wie auch immer an irgendeine Datenbank schickt. Und da war der Kostenpunkt 30 Euro. Das Ding von Tibber kostet halt leider 90 Euro, ist halt also teurer. Das ist auch eine Investition, die man da einmal machen muss. Ich selber nutze irgendwie eine Node-Red-Schnittstelle von Tibber und die funktioniert auch erstaunlich geil. Also man hat wirklich eine richtige Schnittstelle, wenn man so Bock auf Smart Home hat oder so. Das haben die auch wirklich gut umgesetzt. Jetzt hier die Frage, was bedeutet das eigentlich? Naja, ich kann zum Beispiel meinen aktuellen Verbrauch, den aktuellen Strompreis und so weiter auslesen und dann in einer Datenbank speichern und mir dann auswerten bzw. grafisch anzeigen lassen. Und ich kann meine Verbraucher automatisch steuern. Das zeige ich euch gleich aber alles nochmal genau, damit ihr das seht. Und das ist richtig, richtig geil. Jo, jetzt kommt der vielleicht wichtigste Punkt, damit sich das Ganze nämlich überhaupt lohnt, musst du deine Lasten steuern können. Ja, was meine ich jetzt damit? Hier gibt es verschiedene Optionen und fangen wir einfach mal mit der einfachsten an, damit ihr überhaupt eine Idee davon bekommt. Und ich glaube, die meisten könnten das halt relativ easy umsetzen. Also die erste Option ist quasi manuell. Hier zum Beispiel seht ihr den 30.07. Da war irgendwie der Strompreis am Mittag echt bei 10 Cent, also verdammt günstig. Und hier wäre es jetzt verdammt sinnvoll, die Waschmaschine, die Spülmaschine und so weiter anzuschmeißen. Denn dann laufen die wirklich bei 10 Cent. Also das ist halt geil. Wenn ihr die zum Beispiel smart steuern könnt, also irgendwie über eine Handy-App programmieren, also bei der Spülmaschine beispielsweise geht das bei uns wirklich gut, dann könnt ihr einfach in der Handy-App, also von Tibor nachgucken, seht halt irgendwie der Strom ist, was weiß ich, jetzt hier mittags billig. Und dann könnt ihr halt die Spülmaschine zum Beispiel auf den Zeitpunkt programmieren. Also bei modernen Geräten ist das eigentlich keine große Sache, oder? Ihr macht es einfach manuell. Ich meine, es ist jetzt auch kein Riesending, mal eben auf den Startknopf zu drücken. Ja, auf jeden Fall ist dann dieser Waschgang oder dieser Spülgang halt wirklich einfach dreimal billiger als sonst. Also das muss man halt so sagen. Und das funktioniert. Also das ist halt so der einfachste und auch der effektivste Weg, um da irgendwie Geld zu sparen. Die zweite Option ist automatisch. Und das ist natürlich viel geiler, weil dann hast du nichts zu tun. Aber es ist natürlich auch mehr Aufwand. Bei Tibor gibt es so einige Geräte, die halt über die App direkt automatisch gesteuert werden können. Zum Beispiel meine Klimaanlagen, die kann man wirklich smart darüber steuern und auch so ein bisschen an den Strompreis anpassen. Also da wir zum Beispiel auch damit heizen, kann das wirklich Sinn machen. Zum Beispiel, wenn es günstig ist, abends schon mal ein bisschen vorzuheizen oder so. Also sowas kann man da so ein bisschen einstellen. Oder auch, wenn man ein E-Auto hat, kann man das E-Auto laden, wenn es zum Beispiel sehr günstig ist oder halt die Ladeleistung entsprechend anpassen. Also auch das geht. Da macht es natürlich mega Sinn, weil der Verbrauch auch sehr hoch ist. Also ich glaube, da ist es wirklich richtig lohnenswert. Und ich zeige jetzt, wie gesagt, immer Tibor, weil ich es einfach selber habe. Die anderen Anbieter sind in keiner Weise irgendwie schlechter oder sowas. Das müsst ihr auch gucken, welcher dazu euch passt. Das ist einfach, weil ich habe es jetzt und deswegen kann ich es euch zeigen. Und wie gesagt, bei uns gab es irgendwie dieses Smart Meter Gateway. Also Avatar ging damals nicht. Deswegen sind wir halt bei Tibor gelandet. Aber das muss bei euch nicht so sein. Also ich will jetzt hier nicht irgendwie Werbung für die machen oder so. Okay, aber ihr könnt das natürlich auch, und so habe ich es gemacht, in DIY machen. Also selbst programmieren und so. Und da geht halt richtig was. Ich zeige euch das jetzt hier mal am Beispiel meiner Brauchwasserwärmepumpe. Also mit meiner Brauchwasserwärmepumpe mache ich quasi unser Frischwasser. Also zum Beispiel das, was aus dem Hahn kommt, zum Duschen, zum Trinken und so weiter. Und dann mache ich unser Wasserwarmen. Das ist halt eine Wärmepumpe, das heißt, die läuft auf Strom. Zwar sehr effizient, aber die braucht trotzdem Strom. Das Coole bei dem Ding ist, die kann jetzt auf zwei verschiedenen Temperaturen laufen. Also eine Standardtemperatur, das ist bei uns meistens so 55 Grad. Und die zweite dann zum Beispiel 65 Grad. Also da kann ich es halt wirklich hochjagen. So und dann ist die Frage, wie schalte ich das jetzt eigentlich um? Und das geht tatsächlich über so einen billigen WLAN-Schalter. Also so einen einfachen Shelly zum Beispiel oder so, den man sich da kaufen kann für einen 10er oder sowas. Und den musste ich da einbauen, mit ein paar Drähten verbinden und dann lief die Kiste. Wenn ich jetzt also die höhere Temperatur haben will, schaltet der Shelly einfach an. Also er schaltet einfach einen Schalter um und aktiviert die zweite Temperatur. Und jetzt natürlich die große Frage, wann und wie mache ich das eigentlich? Das steuere ich in diesem Node-Red. Und das ist quasi eine Software, da kann man halt so Flows irgendwie abstecken. Also sagen, wenn das passiert, dann das. Und dann einfach so einen Prozess nach dem anderen hintereinander schalten. Das sieht jetzt krasser aus, als es ist, weil ich da natürlich wahnsinnig viel rumprobiert habe. Aber im Prinzip ist es eigentlich einfach, denn es passieren genau zwei Dinge. Erstens, wenn der Strompreis sehr niedrig ist im Vergleich zu den letzten 14 Tagen, dann schalte ich die Brauchwasserwärmepumpe in den höheren Modus und speichere so günstig Wärmeenergie für später ein. Also ich kann wirklich den Strom nutzen und für mich speichern halt in Form von Wärme. Und das ist natürlich mega effizient, weil die Brauchwasserwärmepumpe ja auch super effizient ist. Also das ist eine feine Sache. Die zweite Möglichkeit ist, wenn meine PV-Anlage richtig Überschuss hat, also einfach der Akku ist voll und die ballert einfach volle Pulle ins Netz rein, kriege ich ja nur 7 Cent dafür. Das ist halt echt wenig. Mir wäre es viel lieber, wenn ich diesen Überschuss auch noch selber verbrauche. Deswegen schalte ich hier wieder die Brauchwasserwärmepumpe in den höheren Modus. Die geht dann an und zieht den Strom dann selber. Das heißt, ich spare dann wieder Strom in Form von Wärme und das macht wieder total Sinn. Für meinen Strom bezahle ich ja in der Regel, sag ich mal, um die 30 Cent und die Einspeisevergütung liegt halt bei 7. Also auch das kann ein sehr sinnvoller Weg sein, um halt irgendwie das zu nutzen. Natürlich muss man hier aufpassen, da die Lebensdauer der Brauchwasserwärmepumpe auch davon abhängt, wie oft die läuft. Also das sollte man quasi nur so selten wie möglich machen. Also quasi ist es ein einfaches mathematisches Optimierungsproblem, was jetzt für mich okay ist, denn das ist mein Job. Eigentlich kann man sich merken, macht es so selten wie möglich oder wenn die Differenz so groß ist wie möglich, dann passt es eigentlich in der Regel für euch. Neben den Lasten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, einen Akku zu benutzen. Also Strom, wenn er mega billig ist, zu speichern und dann für dich selber zu benutzen, wenn er teuer ist. Aber da wird es kompliziert und hier ist die große Frage, macht das überhaupt Sinn? Weil da müssen wir nämlich eine ganze Menge berücksichtigen. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ich muss zugeben, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber ich bringe euch da durch. Fangen wir erstmal an. Warum ist das überhaupt so kompliziert? Ja, der günstige Netzstrom, das ist der erste Punkt. Der konkurriert ja mit dem Strom, den die PV-Anlage erzeugt und der natürlich meistens günstiger ist. Also hier habe ich irgendwie schon so ein Konkurrenzverhältnis. Der zweite Punkt ist, der Akku ist ja nicht unendlich groß. Also der billige Netzstrom nimmt mir ja dann quasi Kapazität vom Akku weg. Der belegt ja einen Teil einfach, so ist das. Und diese kann ich dann, wenn ich es wirklich schlecht mache, nicht mehr für meinen PV-Strom nutzen. Das heißt, wenn der Akku dann voll ist, kann ich natürlich, wenn die Sonne ballert und ich irgendwie PV-Strom mache, kann ich das nicht mehr nutzen, weil mein Akku voll ist mit günstigem Netzstrom. Und meistens wird es wohl so sein, dass der PV-Strom natürlich günstiger ist. Der dritte Punkt, ich muss den günstigen Strom aus dem Netz natürlich dann verbrauchen, wenn der Strompreis dann später wieder hoch ist. Ja, also das ist natürlich was Kompliziertes. Also ihr seht jetzt hier zum Beispiel, damit ihr es checkt, ich kann zum Beispiel irgendwie hier für 10 Cent laden und dann später wieder für 24 Cent entladen. Also dann habe ich halt richtig gespart. Dann habe ich wirklich 14 Cent quasi irgendwie gespart. Der nächste Punkt ist, naja, der Akku macht natürlich auch Verluste und zwar so um die 20 bis 30 Prozent gehen beim Entladen und beim Laden verloren. Das heißt, wenn wir unser Beispiel von eben nehmen, dann hier zum Beispiel für 10 Cent laden, dann sollte der Preis, wo ich dann später entlade, mindestens 30 Prozent höher legen. Am besten noch was höher, damit ich auch Gewinn mache überhaupt. Also sagen wir mal bei circa 15 Cent mindestens, sonst macht es keinen Sinn. Also ihr seht schon, das ist jetzt auch nur ein Teil gewesen tatsächlich. Es ist auf jeden Fall nicht ganz so einfach, um das ordentlich zu machen. Ich muss auf jeden Fall folgende Dinge wissen. Das eine ist so eine Prognose deines Verbrauchs für diesen und für den nächsten Tag musst du kennen. Das zweite ist eine Prognose vom PV-Ertrag. Also wie viel wird wann ungefähr an PV-Energie reinkommen für heute und morgen. Und daran arbeiten wir gerade tatsächlich an einer kostenlosen API, die halt auch wirklich komplett beschränkungsfrei für euch funktioniert, werden wir bald veröffentlichen. Das nächste ist dann eine Prognose des Akkuladestandes für heute und morgen. Das musst du auch noch kennen. Und wenn du das alles irgendwie hast, dann kannst du ungefähr berechnen, wie viel ihr dann heute und morgen ungefähr einnehmen werdet, je nachdem wann ihr dann wie viel an günstigen Strom ladet. Und das kannst du dann wieder maximieren. Also versuchen so zu laden, dass es maximal wird. Also maximaler Profit. So würde man das gut machen. Das ist aber schon sehr kompliziert. Macht es den Akku nicht kaputt? Bei mir ist es so, dass sich der Akku bereits bald amortisiert hat. Deswegen finde ich die ganze Rechnung so ein bisschen albern. Aber okay, das mag jetzt bei mir ein Sonderfall sein, da ich ihn halt selbst gebaut habe und es relativ günstig war. Lassen wir es einfach mal außen vor. Die Frage ist, kostet es mich dann jedes Mal laden und entladen? Also kostet mich das nicht irgendwie Akkulebensdauer und damit am Ende halt auch Geld? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu sagen. Weil die Lebensdauer eines Akkus hängt von den Vollzyklen ab, von den Lagerungsbedingungen. Also wie zum Beispiel Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Den Lade- und Entladeströmen. Und maßgeblich von der Tiefe von Ladung und Entladung. Also wie stark nutze ich den Akku? Wie viel Prozent vom Akku nutze ich? Je weniger, desto länger hält der tatsächlich. Und grundsätzlich stellt sich die Frage, ob der Akku überhaupt durch die Zyklen stirbt. Also ihr seht schon, je nachdem, wie diese Parameter, die ich eben genannt habe, so waren, muss es nicht sein. Bei mir zum Beispiel sieht der Akku keinen einzigen Vollzyklus, sondern meistens nur so 20 Prozent oder so, die der nutzt. Und ihr könnt hier zum Beispiel sehen, wie der Akku über die letzten Monate geladen und entladen wurde. Vorsicht, 100 Prozent entsprechen jetzt hier 80 Prozent und 0,20. Ist jetzt bei mir, wie gesagt, der checkt das nicht, dass ich halt nur in diesem kleinen Bereich irgendwie fahre. Ist auch völlig egal. Ihr seht aber auf jeden Fall hier, 100 und 0 Prozent, also echte Vollzyklen gibt es praktisch gar nicht. Das ist extrem selten oder zumindest sind das die totalen Ausnahmen. Sicherlich ein großer Vorteil von so einem großen Akku, wie ich den habe mit 33 Kilowattstunden. Also ich nutze, wie gesagt, nur einen Teil des Akkus und ich fahre den auch maximal bei 100 Ampere, also bei einem relativ geringen Strom. Der könnte aber 600 Ampere. Das heißt, ich nutze gerade mal 100 Ampere maximal, das ist wirklich das Maximum, was ich nutze, von 600 möglichen Ampere und könnte, was natürlich wenig ist. Außerdem ist es auch noch so, dass der im Winter praktisch aus ist. Unterm Strich ist auch alles nicht so wichtig, er wird wenig belastet. Das ist irgendwie die Aussage. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass er zum Beispiel bei mir in dem Fall eher durch einfache Alterung stirbt, also dass jetzt irgendwie ein Materialschaden irgendwo entsteht und nicht durch die Zyklen, die er durchläuft. Und wenn das der Fall ist, dann wären die zusätzlichen Zyklen, die ich halt jetzt dazu bringe, irrelevant. Und ich würde eigentlich, also tatsächlich wäre das Gegenteil der Fall, weil die Lebensdauer wäre dann fix, weil es irgendeine Materialalterung ist. Und das heißt, dass ich in dieser Zeit lieber mehr Zyklen reinpacke, um ihn besser nutzen zu können. In dem Fall wäre es finanziell sogar positiv. Also am Ende bleibt es aber irgendwie eine Art von Kaffeesatzleserei, denn ich weiß es nicht genau. Und bei sehr gering belasteten Lithium-Eisenphosphat-Akkus mit super hohen Zyklenfestigkeiten, so wie es jetzt hier bei mir der Fall ist, ist es wahrscheinlich kein relevanter Faktor. Deswegen lasse ich diesen Punkt bewusst weg. Ich mag mich aber irren, aber von Milchmädchenrechnung, wie ich es oft sehe, ich habe 3000 Zyklen und da habe ich jetzt immer eine mehr, wenn ich es mache. Also das ist wirklich albern. Das sehe ich oft bei Twitter und irgendwie bei irgendwelchen anderen sozialen Medien. Also das ist, glaube ich, echt Käse, dass es in meinen Augen auf keinen Fall allgemeingültig und damit auch unseriös ist, als solches zu verkaufen. Ja, jetzt natürlich der mega spannende Punkt. Wie viel habe ich jetzt eigentlich real gespart oder war es sogar teurer am Ende? Schauen wir uns das einfach mal an, ob der ganze Aufwand, den ich da jetzt irgendwie betrieben habe, jetzt real überhaupt irgendwas gebracht hat. Ich meine, klar, wie gesagt, ich bastle auch gerne, deswegen, mir macht es auch Spaß. Aber abgesehen davon. Also, wie hoch war mein realer Strompreis im letzten halben Jahr im Vergleich zum Durchschnittspreis, aber auch im Vergleich zum Beispiel zu einem jetzigen Stromvertrag? Also checken wir mal beides. Gucken wir erstmal, Tipper versus den Durchschnitt. Wie gesagt, Tipper, weil ich halt da bin. Deswegen schreibe ich es jetzt immer so. Aber wir können auch jeden anderen dynamischen Stromtarif hier nehmen. Also checken wir erstmal einfach nur den durchschnittlichen Strompreis für 2023. Und das, was ich effektiv bei Tipper dann hatte. Der durchschnittliche Strompreis für 2023 liegt bei 43 Cent. Aktuell liegen die Preise für neun Kunden aber so bei 29 Cent. Also sind deutlich niedriger. Am Anfang des Jahres war es halt sehr, sehr krass. Einfach, weil der Krieg da war und hat die ganzen finanziellen Unsicherheiten. Ich habe jetzt ausgewertet, wie hoch mein realerreichter Strompreis für 2023 war. Und zwar unter Berücksichtigung meiner Lasten. Was ich damit meine, könnt ihr hier für März mal beispielhaft sehen. In grün seht ihr hier unseren Verbrauch. In gelb den Strompreis. Und daraus ergibt sich dann quasi immer so eine Art gewichteter Strompreis. Also wenn ich zum Beispiel viel verbraucht habe, dann ist der Preis dann an der Stelle natürlich stärker gewichtet, weil es einfach öfter vorkam, weil ich dann mehr Strom verbraucht habe. Das muss man ja berücksichtigen, denn das ist ja diese Lastverschiebung, von der ich spreche. Sonst kann ich die gar nicht berücksichtigen. Und das habe ich hier getan. Also das ist wirklich der real erreichte Preis. Und der lag, wenn man das jetzt alles mal zusammenrechnet, für das letzte Jahr, also für das letzte halbe Jahr. Wie gesagt, wir sind ja jetzt mitten im Jahr, also es ist quasi sechs Monate jetzt zurück. Lag der bei 19,1 Cent bei mir pro Kilowattstunde. Und das ist schon verflucht gut. Vor allem, wenn man bedenkt, wie krass teuer der am Anfang des Jahres war. Also da waren wir halt eher so bei 43 Cent oder teilweise noch höher. Trotzdem wollen wir noch mal gucken, weil das Jahr war ja mega turbulent. Und wie sieht es eigentlich im Vergleich zu so einem heutigen Tarif aus, unter Berücksichtigung der Grundgebühr auch? Also checken wir mal, wie es jetzt so aussieht. Okay, schauen wir mal irgendwie jetzt August, neuer Vertrag versus Tibber. Wo bin ich da ungefähr? Schaue ich hier zum Beispiel jetzt irgendwie bei Verivox nach. So liegt der günstigste Tarif bei uns jetzt momentan bei 29,57 Cent pro Kilowattstunde, plus 11,50 Euro im Monat. Vertragslaufzeit ist jetzt dieselbe wie bei Tibber, also ich glaube im Monat. Und gleicher Ökostromstatus, ne? Also einfach, wir haben es jetzt vergleichbar gemacht. Ich will jetzt hier nicht irgendwas anderes nehmen, sonst ist es, glaube ich, irgendwie unfair. Nehmen wir jetzt mal 2000 Kilowattstunden als Verbrauch an. Und dann komme ich bei Tibber so auf, könnt ihr hier sehen, ne? 0,191 mal 2000, also 382 Euro für ein Jahr Strom. Und dann die Grundgebühr, 13 mal Euro mal 12, das sind dann 156 Euro Grundgebühr. Also insgesamt auf 538 Euro wären es jetzt bei mir so gewesen, wenn es 2000 Kilowattstunden wären. Okay, der andere Tarif, den ich da gefunden habe, nennt sich Yippie Strom, das fand ich auch witzig. Der hat dann 0,2957 mal 2000 gekostet, das wären dann 591,40 Euro. Und wenn ich jetzt die 11,50 Euro Grundgebühr nehme, dann sind das für zwölf Monate dann 138 Euro. Und damit komme ich dann insgesamt auf 729 Euro. Also das ist schon eine ganze Ecke billiger, das wären fast 200 Euro weniger gewesen. Rund 25 Prozent günstiger. Das ist schon ziemlich ordentlich, finde ich. Aber, muss man jetzt auch sagen, der Vergleich ist nicht ganz fair, denn die 19 Cent von Tibber habe ich ja für die letzten 6 Monate erreicht. Und der Preis lag am Anfang des Jahres bei deutlich über 40 Cent. Also für die letzten 3 Monate kann ich leider keinen Vergleich anstellen, da wir momentan einfach gar keinen Verbrauch haben durch unsere PV-Anlage. Also wirklich fast gar keinen. Das ist wirklich ziemlich cool. Aber 2. Das gilt natürlich nur für meinen Fall. Und das bedeutet, ich regle meine Lasten ja richtig gut, nutze also meinen Akku teilweise. Das mache ich wirklich eher selten, weil es sich selten lohnt. Aber wie gesagt, ich mache schon eine ganze Menge so an intelligenten Geschichten, um das Ganze optimal zu nutzen. Also ich habe ein fast optimales System, was das angeht. Außer ein E-Auto. Das wäre noch eine feine Sache. Können wir uns im Moment aber tatsächlich nicht leisten. Das ist im Übrigen eigentlich auch mit Smart Grid gemeint. Und mit der oft erwähnten Rationierung des Stroms für Wärmepumpen und so weiter. Also genau das. Das ist quasi... Eigentlich bin ich jetzt hier so eine Art Vorreiter und zeige euch, wie es bei mir funktioniert. Also das ist gar keine Rationierung, sondern eigentlich ein mega geiles Feature, um die erneuerbaren Energien besser und effizienter zu nutzen und um den scheiß Strompreis zu senken. Also letztlich ist es eigentlich nur intelligent, aber gut, das ist ja jetzt ein anderes Thema. Darum soll es nicht gehen. Was ich euch damit sagen will, ist, ihr müsst halt die Lasten anpassen, weil ich glaube, ansonsten macht es nicht so einen Sinn. Also das ist, glaube ich, irgendwas, das müsst ihr halt machen. Ja, Fazit. Wie gesagt, wenn ihr bereit seid, eure Lasten etwas zu steuern, also zum Beispiel irgendwie Waschmaschine, E-Auto, was auch immer ihr da steuern könnt halt und das halt in günstige Regionen zu legen, wenn ihr das irgendwie machen könnt oder so eine Brauchwasserwärmepumpe habt oder so, dann kann sich das wirklich lohnen. Von einem Akku als Speicher würde ich jetzt eher wenig erwarten. Also bei mir gilt es wirklich extrem wenig Tage, wo das irgendwie Sinn gemacht hätte. Also einfach, weil die Diskrepanz, also durch der Ladeverlust schon so groß ist und ich muss halt immer berücksichtigen, dass ich am nächsten Tag möglicherweise PV-Strom verdränge dadurch, weil einfach Akkukapazität weg ist. Also solche Dinge muss man da berücksichtigen. Also das macht eher selten Sinn. Ich glaube fast gar nicht. Ist aber eine witzige Spielerei. Wenn ihr aber keine Lust habt, da irgendwie drauf zu achten oder da wirklich keinen Bock habt, irgendwas dabei zu machen oder so, ja, dann hängt es stark davon ab, ob euer Lastprofil quasi passt. Also ob ihr zum Beispiel viel Strom außerhalb der gängigen Zeiten verbraucht, also morgens und abends zum Beispiel. Ja, die Software-API, die Hardware und so weiter, die sind bei Tibber wirklich richtig geil. Also da kann man viel mit machen. Das funktioniert alles super, super gut und ist auch super DIY-freundlich. Also da kann ich echt nur Hut ab sagen. Sowas erlebt man wirklich selten in der schönen Form. Also da lässt sich richtig was mit anfangen. Aber wie gesagt, es hängt absolut davon ab, ob ihr es auch wirklich nutzt oder nicht. Und wenn ihr es nicht nutzt, also wenn ihr keinen Bock habt, da irgendwas zu machen Richtung Lastverschiebung, würde ich eher davon abraten, weil dann ist es echt, glaube ich, so ein bisschen so ein Fragezeichen, wo ihr da am Ende landet. Okay, das war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen aufklären und so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.